Wir sind Kinder aus Elsach! Elsach ist vielfältig, tierisch, ereignisreich, handwerklich. Hallo, ich bin Simon, wir sind hier in der Stadt Mühle Elsach. Ich selbst bin der Stadt Müller, so kennt man mich in Elsach. Wir sind ein Betrieb, wir machen Mehl, wir machen ganz normale Pasta, wo nur Hartweizekries, das seht ihr auch heute, da haben wir nur Hartweizekries und Wasser mit drin. Dann gibt es auch Nudeln mit Ei, es gibt Dinkelnullen, das stellen wir alles hier her. Alles, was das Getreide so hat, wir haben dazu noch Landhandel, wo wir die Bauern beliefern können. Und das sind so unsere Sachen, wo wir sie machen. Recht lokal aufgebaut, wir sind ein kleiner Betrieb, hier ist überall sehr viel Handarbeit. Unsere Mühle gibt es seit 1315, wir sind noch hier. Für uns im Besitz ist die seit 1800 irgendwas, also in dem Bereich steht dann privatisiert worden. Die Mühle läuft immer noch mit Wasserkraft vom Mühlenbach. Und das hört man auch schon klappern hier, das ist das Wasserrad und die Mühle. Das ist alles gut! DasPU! Das war's gut! Das war's gut! Das war's gut!